Yo Leute, was geht? Willkommen zurück. Heute das erste Mal Rumbleverse, zusammen mit einem absoluten Profi. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights und ich hoffe, dass wir ein paar Siege bekommen. Wir gehen kurz Out of Zone, das heißt wir... Oh ja, 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 das ist gut. Na, um, um, um! Ja, da. Wir looten das hier kurz und dann gehen wir direkt rüber. Muss Gas geben. Alles einstecken, was du findest, und dann erst drüben nehmen. Okay, raus hier. Das ist so geil, oder, die Animation? Mhm. Ich habe einen Angriff für dich mitgenommen. Äh, ich hab, ich hab. Ich kann dir noch einen geben. Was hast du denn für einen? Ja, einen Angriff. Hier. Ah, so, so einen Angriff. Ich dachte, du meinst jetzt einen Angriff, äh... Das nennt man hier Protein. Ah, Protein. Weil das ist ja, ähm... Protein habe ich für dich. Auch Wrestling angelegt hier, alles. Alter, wie sich diese Kiste hier gelohnt hat. Lul. Okay, ich hab schon vier Stärke drin, aber... Und ich viermal hier leben. Das ist gut. Ich geh mal kurz hoch. Guck mal oben. Hier ist nix. Ich hab' auch vier Hähnchen mit. Sehr gut. Ich hab' ein, ein großes Hähnchen mit. Ah, hier bei mir Gegner. Hab' ihn. Oh, bei mir, bei mir. Zwei. Musst direkt zu mir kommen. Perfekt. Ich hab' noch gar keine Angriffe, ne? Der andere ist abgehauen. Der eine ist abgehauen. Ja, ja, der andere... Der haut jetzt gerade auch ja ab. Ey, ich hab' ihn doch gedodged. Ich hab' ihn geflascht. Was? Ich frag' mich grad, wie er mich gekriegt hat. Nimm dir noch Angriff mit. Ich nehm' dir noch Angriff. Ich nehm' dir noch Angriff mit. Keine Ahnung, wo die sind. Wir sind oben am Dach. Da oben auf dem Gebäude, da wo ich hingucke. Ja. Die sind ganz hoch glettert. Die hauen direkt ab, wenn die merken... Läuft doch nicht so nach Plan. Guck jetzt, schild' sie da oben, siehste. Brauchst du leben? Ne, brauchst du nicht. Jetzt rennt er wieder weg, Alter. Was ist ne Pussy, ey? Guck sie dir an, Junge, wie sie wegrennen. Mhm. Nur, wenn man sie zweimal getackelt hat. Ey. Ey. Ah, bei dir Gegner, ich komme. Wie? Ja. Hab ich gesehen. Oh ja, bin grad weg. Komm mal auf dem Gebäude bei dir drauf. Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ich bin weg, ich bin weg. Wo ist denn der? Keine Ahnung, der war da noch. Ja, er chastet dich. Na, er hat nicht. Ne, der ist oben auf der Brücke. Ne, hier, bei mir. Bei mir ist auch einer. Ah, fuck, ich hab ver... Ah, der ist neben dir. Ah, das sind Mates. Mhm. Hab einen. Ach was, das gibt's nicht. Einen hab ich. Der ist down. Ich komme. Ich bin da. Was, er dodged? Er darf nicht hochholen. Ich weiß nicht, weil's wo der ist, der andere. Der ist, der ist tot. Ach so, tot. Der hab ich schon. Ja, okay, perfekt. Jetzt hab ich beide. Hab ja gesagt, einer down. Hier, ich hab mal Angriff für dich. Danke. Wenn ich sage, einer down, dann ist der mate down. Dann muss ich nur auf den konzentrieren. Auf den anderen halt. Hm. Ich bin full mit, äh, Leben. Ich, ich, ich gehe gerade echt nur auf, äh, Angriff. Ich hab nämlich fünf und hab immer noch drei freie Slots. Irgendwo höre ich was. Ich weiß, ich seh nichts. Hast du eine Kiste, die hole ich mir? Ich hab immer noch keinen Angriff. Also kein R1 oder so. Also so ein super Angriff. Ach man ey. Ich bin hier über dir, ich hab nicht im Auge. Angriff hier, wenn du willst. Brauchst du noch Leben? Äh, bin voll. Okay. Dann nehm ich, ich glaube ich nehm ein Leben, nehm ich. Hier wäre noch Angriff, ne? Armpulver. Ja, nehm ich jetzt. Ey, ich brauch mal ein Buch. Also ein Leben würd ich noch nehmen. Ich hab jetzt sechs. Dann hab ich sechs, zwei. Okay. Ja, dann geh halt nicht auf den Baum. Hier ist noch ein Leben. Wo? Hier unten, äh, ich bring dir. Hier. Da oben ist noch ne Kiste. Ich hab, kanns wegschmeißen. Hier ist ein Diamant-Crasher. Nimm den. Wo bist du? Äh, warte, ich komme. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Bleib da, bleib da. Okay. Hier. Hier, nimm den. Lern den. Beste Attacker in Purple. M-K. Mein Super ist bereit. Meine auch. Okay, ab in die Zone. Ah, bei mir ist einer. Oh fuck. Der gibt mir Instant. Hatte ich ja mal gar nicht auf dem Schirm. Ich nasch grad was. Ist oben auf dem Baum. Der Typ, Vorsicht. Seh ich nicht. Hier, über uns. Sind die oben auf den Bäumen. Das sind ganz viele, sind ganz viele. Das sind ganz viele, das sind ganz viele. Wir müssen einen Baum klären. Geh hier auf das Haus hoch und jetzt mit Dodge Sprung hoch auf den Baum. Direkt an den Baum ran. Bin ich auf dem richtigen Baum? Nein, ich bin bei anderen auf dem Baum. Ja. Die sollen ja runter. Oh. Anything's possible. Yes. Er ist unten. Kannst du wieder hochkommen? Versuch's. Du kannst dich ein bisschen hochheilen. Hab aus Panik, wenn du Öl getündet. Gut ne? Du bist noch ein Hähnchen. Tu das mal eben. Ich hab vier Stück, falls du brauchst. Ich hab aus Panik. Neben dir auf dem Baum ist einer. Siehst du den? Ich seh den. Ich seh den. Ist auch eine Olle. Mal gucken. Ja, okay. Haut ab. Geh ich jetzt auf den Baum drauf. Kommt hier auch keiner mehr drauf. Kurz mal ein Kippchen ziehen. Moment. So viel Zeit muss sein. Immer. Kleiner. Oh gut. Gute Zone für uns. Mhm. Musst nur aufs Dach aufpassen, ne? Wenn die rüberkommen. Mhm. Erst den Block halten. Gucken, was die machen. Wenn die rot werden, direkt dodgen. Das meine ich mit Reaktion. Mhm. Das ist schwierig. Oder voran halt. Oh. Der hat's erwischt. Das ist lustig, wie die immer alle rumfliegen, ne? Mhm. Ich find das lustig. Ach, zieh ihm's noch. Alter. Was geht da ab auf dem Dach? Guck dir das an. Mhm. Hinter rechts. Schillen. Der hängt am Baum. Der hängt am Baum? Sehr ex. Ich glaub ja. Ja, du kannst dran hängen bleiben. Ja. Wie meine Chemist aus. Cool. Schon lange? Ey. Zone. Komm mal. Oh Gott. Da unten war ne Ult. Ja, lass mal hier chillen. Komm aufs nächste Dach. Bist du bei mir? Keine Ahnung. Nein, glaub nicht. Oh Gott, oh Gott. Wo fliege ich hin? Mit dem. Alter, ich bin einfach mal out of map geflogen. So, ich bin wieder. Hä, der war... Oh, bei mir. Oh Gott, oh Gott. Hinter dir. Ich heil mich 300, verliere 300. Perfekt. Ja, ich bin down. Außer... Kannst du mich holen? Geh direkt wieder in die Zone rein. Ulti. Und ich geh jetzt hoch. Hab einen. Geh mit dem aufs Auto. Und jetzt auf dem Dach. Landen einmal. Oh mein Gott. Guck mal bitte hoch, wo ich bin. Oh mein Gott. Hä? Junge, boah. Eine Million Schaden war das, gefühlt. Ja, ist so. Der ist down. Ich hab noch Leben, wenn du willst. Willst du dich erstmal leben? Wenn du da tot. Und ich nicht. Gott sei Dank. Willst du leben? Willst du leben? Nee, ich brauche. Ich hab, ich hab, ich hab. Pass nur auf, dass hier keiner hochkommt. Lass mal rüber. Ich hab zwei Bretter. Kannst du... Ah, das bist du. Oh Gott. Der ulti den. Perfekt. Wenn hier einer hochkommt, bretter ich den. Ja, da ist einer. Hab ihn. Gut. Der Stuhl, der Stuhl. Wenn wir jetzt einfach das Dach halten. Wenn wir das halten, ist gut. Boah, wie ich dich einmal auch hochgeholt hab. Gar nicht so schlecht. Elbow Drop. Der hast du den gerade gesehen einfach. Mhm. Was? Wie viel Glück kann man haben? Ich hab noch ein Brett. Hier kommt was hoch. Oh Gott, der hat Ull, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Wer ist denn der? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss den Locken. Mach Ull an. Okay. Oh, runtergefahren. Ups. Er holt. Hab ihn. Goldet. Hab ich nochmal so ein Elbow Drop? Gucken. Einmal. Guck mal hoch in den Himmel. Guck in den Himmel. Ach du Scheiße. Ja, der hat zerschallert. Mich zerschallert es hier auch. Oh mein Gott. Verkackt. Ich hab verkackt. Ich bin tot. Ich lieg unten in der Mitte. Ganz beschulden. Ich versuch's. Jetzt. Ich hab nichts mehr zu heilen, ne? Falls du brauchst. Alles gut. Fuck, ich hab ihn fast gehabt. Ich hab meditieren. Also ich heim mich mal kurz hoch hier. Kommst du klar? Naja, sind fast laut. Ja, komm runter. Wenn möglich. Bisschen chillen. Finde unten immer schwieriger als oben. Ja, ich komm hoch. Bleib bei mir. Ich hab meditieren. Ich kann mich da selbst hochheilen. Wieso hast du meditieren? Das ist ein Perk. Hab ich freigeschaltet. Das ist immer random. Okay. Also lass uns fighten. Könnten wir echt gewinnen. Ich hab nur noch 300. Oh, Elbow Drop. Perfekt. Ah, fuck. Falsches Stuff. Den direkt grabben können. Ich probier den zu grabben da drüben, ja? Okay. Ich spring rein, falls ich die Möglichkeit sehe. Jetzt hab ich ihn. Er lebt aber noch. Der hat Ult gezündet. Pass auf, der hat Ult gezündet. Ja, ist gut. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Irgendwo von hinter dir, ne? Sind beide bei mir jetzt. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin sowas. Ah, doch nicht. Perfekt. Oh Gott. Boom. Hier, den Diamond Crusher einfach ausweicht, hä? Das sind die letzten beiden. Kann das sein? Kann sein, aber ich bin down, ne? Wie kann ich den nicht kriegeln? Ach, die... Boah, die nerven so mit ihrem Rumgesprühen, ne? Hm, übel. Ich habe auch gerade Diamond Crusher gemacht. Der hat gesprüht und seins hatte irgendwie Prio. Du könntest mich jetzt holen. Hier ist keiner. Ja. Ach, doch, einer ist hier. Ey, Digga. Na, das war's. Der ist gar nicht so schlecht, ne? Zeigt er erstmal hoch. Oh, gute Ult. Gut, der ist tot. Er ist down. Bam. Ist das der Letzte? Boah, was? Krass gemacht. Eins? Oh mein Gott, der ist fast... Oha? What? GG. Bam, Alter. Wie hast du das Ding noch gemacht? What? Alter, du hast irgendwie dreimal gegrabt, wo ich dachte, hä, was macht der da? Ja, das ist halt, was ich meine, Reflexe und, äh... Aber du bist auch so schnell gewesen. Wenn ich grabbe, laufe ich ein Meter nach vorne und, ja, verkackt. Übrigens gesagt, GG, unser erster Win. Bam. Geil. Digga, ich habe dich zweimal wiederbelebt. Ja, war auch wichtig, dass hätten wir es nicht gewonnen. Kannst du mal bitte laut in die Kamera sagen, damit es auch jeder hört? Was denn? Dass wir es nicht gewonnen hätten ohne mich. Damit ich nicht ganz nutzlos bin. Ohne dich hätte man das jetzt nicht gewonnen. Richtig. Hört ihr das, Nobu, Skoppel? Hallo, Lara. Ganz wichtig war der Lou. Vom Wegen gecarried. Hier, ich. Es ist wirklich wichtig, dass man dann halt hoch holt wird in dem Moment.